Was steht auf Ihrer Visitenkarte? Mein Name ist Diana Kalischko und ich bin Ausbildungsmaterantin beim Land Oberösterreich. Wann hat der Weg beim Land Oberösterreich begonnen? Am 4. Oktober 2021 wurde ich der Direktion Präsidium Abteilung Protokoll und Außenbeziehungen zugeteilt und Ende Jänner wurde ich zur Bezirkshauptmannschaft Rohrbach versetzt. Wie schaut Ihr Werdegang aus? Mein Werdegang hat begonnen in der Volksschule Neustift im Mühlkreis, weiter ging es dann in die Hauptschule Hofkirchen im Mühlkreis und bei einem Abschluss mit Matura absolvierte ich in der höheren Lernstalt für wirtschaftliche Berufe in Rohrbach. Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Dass man in der Früh runterkommt und nicht weiß, was einen an dem Tag erwartet und der Zusammenhalt im Team.